Habt ihr euch jemals gefragt, wie man perfekt eine E-Mail fälschen kann? Dann seid ihr hier im richtigen Vortrag. Der nächste Vortragende, Andrew, arbeitet gerade für das Nationale Security Research in Lettland, ist ein Security-Forscher und spricht Research über Anti-Spoofing. So, und die Bühne ist jetzt deine. Hallo, ich bin Andrew, arbeite für Lettlands Nationale Security. Es geht mir insbesondere darum, E-Mail-Security in unserem Land zu verbessern. Wir arbeiten viel, um das Bewusstsein für diese Probleme zu verbessern. Und wir sind natürlich nicht die einzige Organisation, die das tut. Es gibt viele solche Institutionen in verschiedenen Ländern, viele Regierungsorganisationen und Nicht-Regierungsorganisationen, die das tun, und kommerzielle und nicht kommerzielle. Aber für unseren kollektiven Fortschritt war es eher sehr, sehr niedrig. Hier gibt es etwa diese Statistik, wo wir eine spezifische Technologie ansehen, ob die adoptiert worden ist, nämlich D-Mark. Dann seht ihr, dass es bei 20.000 Domänen über die Welt für wichtige Domänen, wichtige Organisationen, die es wirklich besser wissen sollten. Unter anderem die Top 500 EU-Retailer-Domains, Verkäufer-Domänen, benutzen ungefähr 12 kein D-Mark und die dies aktiviert haben, die 80 Prozent, haben das ohne Policies eingerichtet. Aber jede sollte mindestens D-Mark benutzen. Das ist ein wichtiger Filter für Domänen, die diese Mails nicht schicken sollten. Eine Erklärung für diese niedrige Adoptionsrate ist, soweit ich denke, dass es scheinbar viele Technologien im Wettbewerb miteinander gibt. Und ich habe wirklich viel getan, um meinen Vortrag runterzukürzen. Aber ihr seht, bis auf SMTP drei Abkürzungen. Erinnere ich bei den Abkürzungen nicht mal den vollständigen Namen. Das Problem ist, es gibt zu viele Buzzwords, zu viele Technologien und es ist nicht klar, welche davon wir nutzen sollten. Das ist nicht unbedingt ein spezifisches Problem für E-Mail. Das haben wir in der sämtlichen Security-Industrie das Problem. Und da haben wir einen Weg, um solche Fragen zu beantworten. Das ist Penetration-Testing. Wenn ein Penetration-Test ordentlich ausgeführt wurde und die Resultate veröffentlicht wurden, können wir das Gespräch verschieben. von wird A oder B als Technologie bevorzugt. Stattdessen zu der Frage, ist es für eine dritte Partei möglich, unsere Mails zu fälschen, um etwa an KundInnen zu schreiben, an Medienorganisationen zu schreiben, so dass die der Meinung sind, dass die Mail tatsächlich von diesen Organisationen kommt. Also sind Penetration-Tester hier tatsächlich die Schlüssel-ZuhörerInnen. Also Leute aus den roten Tipps. Ich nehme an, ihr wisst schon alle Basics über Mail-Technologie. Und wenn man die Probleme jetzt aber nochmal aus der Perspektive der AngreiferInnen ansieht, das kann sehr bereichernd sein. Das sollte sehr hilfreich dafür sein, um zu verstehen, auf was ihr euch fokussieren solltet. Und letztlich das SMTP-Protokoll, was als Technologie darunter läuft. Es ist relativ einfach zu verstehen. Und die Reaktionen, die man daraus lernen kann. Und von dieser ganzen Reise, wie SMTP entstanden ist. Wie es möglich ist, es zu spufen. Und die sämtlichen Technologien, die das versuchen zu vermeiden, da ist es eine interessante Fallstudie. Das sollte interessant auch für Leute sein, die E-Mail-Technologie noch nicht gut verstehen. Die Landschaft davon, also E-Mail-Security ist ein breites Thema. Und wir kümmern uns heute nur um einen kleinen Teil davon, nämlich erfolgreiche E-Mails zu fälschen. Ich kenne viele Penetration-Tester in Unternehmen, die Phishing emulieren in ihrer Arbeit. Aber soweit ich weiß, tun sie erst primär als Social Engineers, mit einem Toolkit für Social Engineering. Ich möchte nicht darüber streiten, ob das wichtig ist oder nicht. Etwa KundInnen zu demonstrieren, was das Problem und das Risiko ist. Aber ich glaube, ihr werdet den KundInnen nicht gerecht, wenn das das Einzige ist, was ihr tut, um Security zu testen. Denn für die ManagerInnen, die nur Reports lesen, über Social Engineering Attacken lesen, ist die logische Schlussfolgerung, das Personal und die KundInnen auszubilden. Und wir sehen, es gibt viele Attacken, die überhaupt nicht durch NutzerInnen-Bildung zu vermeiden sind. Wir müssen halt unsere E-Mail-Infrastruktur verbessern. Da gibt es keinen Weg drumherum. Und bevor wir uns wirklich in die Technik bewegen, gibt es ein kleines, schlecht verborgenes Geheimnis, um zu verstehen, warum wir so viele Probleme damit haben. Nämlich für E-Mail-AdministratorInnen, ist es historisch wichtiger, dass das System verlässlich und zugänglich ist, und zwar viel mehr als dessen Sicherheit. Das ist eher eine ideologische Entscheidung. E-Mail-Administratorin ist in so einer Organisation und manche der KundInnen dann keine Rechnung mehr kriegen, dann wird das Management natürlich darüber schimpfen und sehr freundlich fragen, dass sie das repariert. Und es könnte aber sein, dass das Problem gar nicht an deinem Ende ist, sondern auf dem anderen Ende. wenn manche der Angestellten keine Mails empfangen können und schnell genug empfangen können, um Passwörter wiederherzustellen oder für zwei Faktor-Authentifizierungstrogens und die können sich nicht einloggen in wichtige Systeme, dann musst du schnell dafür eine Lösung finden. Aber wenn das E-Mail-System ein Sicherheitsproblem hat, etwa für Spoofing-Attacken verletzlich ist und so fort, dann werden weder die NutzerInnen noch das Management das zur Kenntnis nehmen, obwohl diese Verletzlichkeit da ist. Und deswegen brauchen wir Pentester. Jetzt können wir jetzt endlich anfangen, über die technischen Details zu reden. Wir fangen mit einer kurzen Intro in das SMTP-Protokoll an. SMTP ist das Protokoll, das unter allen E-Mail-Kommunikationen liegt. Das ist eigentlich leicht zu verfolgen. Hier ist zum Beispiel der Datenfluss, wenn eine Person einer anderen Person eine E-Mail schickt. Zum Beispiel schickt Alice, Bob, eine E-Mail. Sie arbeiten für verschiedene Firmen, haben verschiedene Domänen. Und was hier passiert ist, dass sie beide E-Mail-Clients nutzen, zum Beispiel Outlook oder Thunderbird. und Alice beim Senden durch das Protokoll SMTP geht. Und dann geht die E-Mail durch den E-Mail-Server von Alice und der ist outgoing. Normalerweise haben Organisationen einen outgoing und einen incoming E-Mail-Server für ausgehende und einkommende E-Mails. Für Penetration-Testers ist es wichtig, an diese beiden Systeme zu denken. Auch wenn es physisch eine Maschine ist, hat sie wahrscheinlich zwei verschiedene Konfigurationen für beide. Nun, wenn Alice also, der Server von Alice also eine E-Mail an Bob's Server schickt, dann gibt es ein Problem, dass der Server automatisch herausfinden muss, welcher der richtige Server ist, um diese E-Mail zu senden. Durch diese blaue Box, das MX-Record im DNS, wird das Ganze realisiert. Das wird von Bob's Organisation verwaltet. Wenn also Bob's Organisation E-Mails empfangen will, dann entstellen sie im DNS das MX-Record und da steht dann drin, wenn ihr uns eine E-Mail senden wollt, dann verwendet diesen Server. Da gibt es also einen Pointer auf Bob's Server. Daher kennt Alice's Server, Alice's ausgehende Server, den eingehenden Server von Bob. Der Teil, den wir als Pentester versuchen anzugreifen, ist halt diese Brücke zwischen den Servern. Dann gibt es noch das zweite Beispiel, in Gegenrichtung. Das ist vielleicht für euch überflüssig, weil wir jetzt einfach nur die Richtung umdrehen. Aber der wichtige Teil hier ist, dass wir als Pentester verstehen, dass unser Client nur einen Teil dieser Transaktion kontrolliert. Wenn unser Client zum Beispiel für den Rest unserer Präsentation Alice ist, Alice ist Organisation, dann ist im zweiten Beispiel, wenn wir von Bob's die E-Mail zu Alice senden, dann schicken wir E-Mails nur hier im linken Teil wird der Teil der Transaktion durch Alice's Servers gehen. Und im ersten Fall ist es nicht so, da ist es auf der rechten Seite. Wenn es ein bisschen verwirrend ist, ist es okay, wir kommen nochmal drauf zurück. Letztendlich gibt es ein drittes Beispiel, das ähnlich aussieht, aber auch nicht ganz. Zum Beispiel, wenn Alice mit ihrem Arbeitskollegen kommuniziert, wir haben die gleiche Konfiguration. Und in dem Beispiel gibt es auch wieder logisch zwei verschiedene E-Mail-Server sein, einer für ausgehende und einer für ingehende E-Mails. Aber beide gehören dann halt der Seite von Alice's Organisation, vom Kunden. Also ist es wichtig, dass man daran denkt, welches der Szenarien einfacher zu beschützen ist. Wir sehen später, wie das geschieht. Dann haben wir hier einen Blick auf, was eigentlich gesendet wird, wenn eine E-Mail gesendet wird. Da wird SNP verwendet. Und das Protokoll ist echt hübsch. Ihr könnt ja sehen, das sind nur Texte, also das ist nur Plain-Text, keine Binärdaten. Und man kann sehr leicht damit rumspielen. Man kann einfach über Telnet mit dem Server kommunizieren. Man kann die Kommandos einfach per Hand eintippen. man kann Sachen auch per Hand in der Konsole modifizieren und in Echtzeit sehen, wie das sich auswirkt. Auf der linken Seite sehen wir hier zwei Teile, die durch den SMTP-Standard definiert werden. Das ist der SMTP-Envelope, das ist der Umschlag. Das ist die Server-Connection. Man sagt Hallo, man spezifiziert den Sender und den Empfänger. Und Mail-From ist der Sender, Recipient ist der Adressat. Dann kommen die Daten und das ist der Content-Message-Teil. Da gibt es einen anderen Standard, der ist nicht besonders wichtig, aber wenn du Details nachschlagen wollt, dann müsst ihr woanders schauen. Diese interne Message, die entweder Content- oder SMTP-Message heißt, hat zwei Teile, Headers und den Body. Manche Leute kennen vielleicht E-Mail nicht, aber das Konzept HTTP ist euch ja bekannt und es sieht schon ähnlich aus und ist leicht zu verstehen. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass wir die Adresse von Alice und Bob zweimal da drin haben, zum Beispiel auf der zweiten Linie ist Alice schon spezifiziert und die gleiche Adresse haben wir auch im From-Header später in einer Zeile. Das auch mit Bob. Warum ist das doppelt vorhanden? Also, der Unterschied ist, wie wir eine E-Mail sehen. Ich als normaler Mensch, der E-Mail schon benutzt hat in der Vergangenheit, sehe es als, wie das Bild auf der linken Seite, wie eine Postkarte. Auf der Postkarte, da gibt es einen Absender, der draufsteht, einen Anfänger, der draufsteht, das sehe ich, und dann gibt es die Nachricht. Das ist, so nehme ich das wahr, oder habe ich es wahrgenommen, bevor ich mehr gelernt habe. E-Mail-Admins und die Standardisierungsbehörden sehen die Situation etwas anders, wie auf der rechten Seite. Es gibt einen Umschlag und in dem Umschlag ist die Nachricht drin, als Postkarte vielleicht. Also hat man zwei Adressen in dem Szenario, die From-Adresse und die Empfängeradresse auf dem Umschlag. Das ist der Teil, den das Postamt sich anguckt, wenn man das so sagen will. Aber die gucken halt nicht rein. Und im Umschlag selbst gibt es eine weitere Nachricht. Diese interne Nachricht ist dann für den Empfänger gedacht. Man kann sogar noch mehr machen. Man könnte sogar den kompletten Umschlag mit der Message noch an einen weiteren Umschlag verpacken. Das klingt jetzt vielleicht etwas verrückt für einen normalen Menschen, aber tatsächlich ist es so, dass E-Mail das erlaubt. Und im RFC dafür, da gibt es auch Beispiele, warum das vielleicht nötig ist, eine Nachricht zu verpacken und warum es erlaubt ist. Aber es ist schon verwirrend. Als Resultat ist es hier im ersten Beispiel so, dass wir generell die gleiche Adresse zweimal spezifizieren. Penetration Tester. Die Frage, die wir uns stellen sollten ist, muss das so sein? Ist das immer so? Oder ist das nur unsere Hoffnung, dass das zweimal vorhanden ist? Und nein, es ist mehr so unsere Hoffnung. Der Standard sagt das nicht spezifisch. Man könnte quasi die Sachen verändern. Es ist nicht Pflicht, dass es der gleiche Wert ist. Es gibt noch mehr Header als die, die ich gezeigt habe. Ich habe jetzt gezeigt, die Header gezeigt, die wir kennen, wenn man einfach E-Mail verwendet. Zum Beispiel das, was man im E-Mail-Client sieht, das Datum, wer das gesendet hat, wer der Empfänger ist. Und da gibt es vielleicht mehrere Empfänger. Und eine weitere Frage ist, wenn wir aus irgendeinem Grund vielleicht zufällig verschiedene Adressen spezifiziert haben im Envelope, im Umschlag, welcher davon wird dann der Nutzer sehen. Und der Nutzer sieht normalerweise den Header-Teil. Das sind die Sachen, die für den Nutzer auch gedacht sind. Also, die Standards erlauben noch ein bisschen mehr, was an Headern vorhanden sein kann. Es gibt drei verschiedene Header für die Senderseite. Im Standard wird es erklärt, wann man welchen verwenden sollte. Und das Lustige, finde ich, ist, dass der From-Header mehrere Adressen enthalten könnte. Man sollte nicht mehr als einen haben, einen Header, aber im Header selbst könnte es mehrere Adressen geben. Ich habe noch nie eine E-Mail bekommen, die auch von verschiedenen Leuten kam, aber irgendwie ist es erlaubt. Das Wichtige, was man hier verstehen sollte, ist, dass es wichtig ist für Abwärtskompatibilität. Selbst wenn die Standards alles erklären und dass man nicht mehr als einen haben sollte und so weiter, ist es in der Praxis so, dass man auch falsch formatierte E-Mails senden könnte, mit mehreren dieser Header zum Beispiel. Oder man könnte Header senden, dass in der E-Mail kein From-Header vorhanden ist, sondern nur ein Sender. Das ist eigentlich nicht korrekt, aber die E-Mail-Clients werden sich Mühe geben, besteffortmäßig die E-Mail trotzdem anzuzeigen, weil sie wollen die Support-Kosten niedrig halten. Denn wenn es nicht funktioniert, dann wendet man sich an den Support und das kostet. Für Penetration-Tester heißt das, dass man umspielen kann mit diesem Konzept, weil es verschiedene Implementierungen gibt und zum Beispiel wenn man zwei Header hat für ein Datenfeld und welcher da verwendet wird, das kommt auch auf die Implementierung an. Es gibt so viele Implementierungen, die auf verschiedene Weisen miteinander verbunden sind, dass man kann und natürlich auch sollte als Penetration-Tester versuchen könnte, mehrere Sachen zu tun, wie zum Beispiel den gleichen Header mehrfach zu haben. Das sind jetzt die Basics. Lasst uns nun mal reinschauen, wie man vielleicht sowas spufen, fälschen könnte. Hier sind wir wieder zum Szenario mit dem Diagramm, das wir vorher gesehen hatten, zum Beispiel im ersten Beispiel, dass Alice eine Mail an Bob schickt. Und wenn wir jetzt Chuck sind, als dritte Partei, ein Pen-Tester zum Beispiel, der die Lizenz hat, das zu tun und wir versuchen eine gefälschte E-Mail an Bob zu senden. In dem Beispiel ist es so, dass wir Alice als Absender spufen und Bob soll die E-Mail bekommen und für ihn soll es so aussehen, als wäre die E-Mail von Alice gekommen. Das Risiko hier, okay, da gehe ich nicht drauf ein, aber das Risiko kann ich euch vorstellen. Zum Beispiel Fake News das ist ein Problem, was wir in Lettland hatten, das wurde gegen Regierungsorganisationen verwendet, dass jemand Fake News als E-Mail versendet hat zu anderen Leuten oder Organisationen. Dann haben sie auch versucht, jemanden zu impersonieren, sich als jemand anders auszugeben, der von der Regierung kommt. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass es keine gute Sache ist, wenn sowas möglich ist. Interessant hier ist aber, dass obwohl Chuck eine Attacke durchführt, kommt es auf deine Perspektive an, ob es für dich wie eine Attacke auf Alice oder Bob aussieht, aber Chuck sendet direkt die E-Mail an den Server. Und die zweite Attacke ist, wenn wir eine E-Mail in die Gegenrichtung senden. Das heißt, wenn Bob eine Nachricht an Alice sendet. In diesem Fall versuchen wir, dass wir als Chuck eine E-Mail senden, dann sollte die E-Mail durch Alice System so durchgehen. Das heißt, die interessante Frage, gegen was können wir uns einfacher verteidigen? Es könnte so aussehen, weil im zweiten Beispiel die E-Mail durch unser System durchgeht, könnte man da extra Überprüfungen durchführen, aber in Realität ist es, dass das erste Beispiel einfacher zu verteidigen ist. Wir wollen Alice schützen, aber es ist einfacher bei diesem Beispiel zu tun, gegen jemanden zu verteidigen, der so tut, als wäre er Alice. Und dann ist das dritte Beispiel, wo Alice mit ihren Kollegen kommuniziert, in derselben Organisation, mit dem selben Server. In diesem Fall senden wir diese E-Mail nur an Alice Incoming Server, nicht an dem, der nach außen sendet. Und wieder theoretisch ist dies das einfachste Beispiel, um das zu erkennen, weil Alice Organisation weiß, dass ihre E-Mails immer von diesem spezifischen Server kommen sollten. Das heißt, wenn wir eine E-Mail von Alice das Kollegen senden, dann sollten sie auch ohne Standards in der Lage sein, das umzusetzen. Aber praktisch, manchmal, relativ häufig sogar, gibt es eine spezifische Whitelist für die Organisation von Alice. Das heißt, manche Überprüfungen passieren gar nicht, wenn die inkommende E-Mail eine E-Mail bekommt, die von ihrer eigenen Organisation kommt. Wir haben dieses Beispiel aus den letzten Jahren gesehen, das ist jetzt eine kanadische Adresse und die senden die falsche Ransomware und die sagen, hey, ich habe deinen Computer gehackt und deine E-Mail gehackt und die haben und wollen, dass du ihnen Geld sendest, den Bitcoins an ihre Adresse und diese E-Mail ist ein interessanter zu helfen, diese E-Mail ist, dass sie normalerweise, um zu beweisen, dass sie den Zugang zu deinem E-Mail-Account haben, versuchen, senden sie die E-Mail von deiner Adresse an deine Adresse und für viele Leute funktioniert das. Also, sie sehen, dass jemand die Account gehackt hat, weil sie haben eine E-Mail von sich selber empfangen und später werdet ihr sehen, es ist relativ einfach, solche E-Mails zu senden oder zu fälschen, wenn keine Schutzmaßnahmen getroffen wurden. Ich hoffe, dass jetzt keiner auf solche Sachen hereinfällt, aber wenn ihr Freunde habt oder Kollegen, die darüber befragt haben, wie solche E-Mails sie bekommen bekommen haben, ist eine der Sachen, die du tun kannst, tun musst, um neben Passwort überprüfen und so weiter, dass sie ihnen sagt, hey, vielleicht sollten sie ihre E-Mail- Administratoren kontaktieren und sie fragen, dass sie Anti-Spoofing Support benutzen. Wenn sie solche E-Mail-Adressen bekommen und kein Filt nicht gefiltert wird, dann ist irgendwas komisch. Okay, eine Spoofed SMTP-Verbindung. Also, ein Beispiel wie das letzte. Jetzt sind wir Chuck. Chuck sendet diese Nachricht zu Bob und kann man den Unterschied sehen, wie das anders ist, als das vorherige? Und es ist relativ schwer, diesen Unterschied zu sehen. Es gibt keine. dieselbe Kommunikation. Das Protokoll selber hat überhaupt keine Überprüfungsmethodiken. Man kann ganz dieser Typ, der diese Ransomware-Nachrichten sendet, kann man das einfach so in ein Tailnet-Gerät reinschreiben und für viele funktioniert das nicht bei allen. Und E-Mail-Admins kennen dieses Problem. Sie wissen, dass SMTP nicht zuverlässig ist in dieser Situation und sie haben unterschiedliche Funktionalitäten versucht, sich dagegen zu schützen. Ohne Standard, aber einfach zusätzliche Filter und so hinzuzufügen, die eigenen E-Mail-Server. Manche dieser Funktionen zerstören die Standards. Aber wer soll's, AFCs sind nicht eine heilige Schrift, sondern können einfach so umgangen werden. aber teilweise nicht genug Informationen vorhanden. Zum Beispiel hier oben, wenn wir jetzt Bob sind und wir versuchen unser System zu schützen, wir sind jetzt einfach mal Bobs System Administrator und wir wollen zusätzliche Regeln hinzufügen und so weiter. Was können wir überhaupt machen? Ein Beispiel, das ich jetzt hier habe, ist ein SMTP Callback hinzuzufügen. Das heißt, wenn wir eine E-Mail von Alice bekommen, dann schauen wir nach, ist diese auch ein Existiert diese E-Mail-Adresse. Viele Spammer senden einfach eine E-Mail von einer nicht vorhandenen E-Mail-Adresse und das funktioniert, wenn man ein Standard E-Mail zu SMTP Server ist. Das SMTP Callback ist, wenn wir eine E-Mail von Alice bekommen, dann starten wir einen neuen Prozess und der versucht, zurück zu Alice Server zu kontaktieren und versuchen, ihr eine E-Mail zuzusenden. Wenn der Server sagt, ja, alles in Ordnung, nur diese E-Mail-Adresse existiert, dann stürmen wir die Verbindung auf, wir senden die E-Mail nicht fertig, aber dann kann unser System automatisch herausfinden, dass diese E-Mail wirklich existiert. Eine andere Methodik ist, dieses Hello Echo zu benutzen. Die erste Zeile sollte sagen, den Hostname der sendenden Servers sagen. Laut Standard sollte man den nicht verifizieren und zufälliger Stringer sollte man die E-Mails trotzdem akzeptieren, aber viele Server werden versuchen, ob dieser Hostname da drauf steht, dass dieser Hostname wirklich zu derselben IP-Adresse zeigt und dann werden sie das Gegenteil durchführen. Sie nehmen die IP-Adresse und versuchen, Reverse-DNS aufzurufen und sie werden versuchen zu schauen, ob die IP-Adresse zu dem Hostname gehört. Als Pentester sollten wir diese technischen Verteidigungs- Mechanismen kennen, weil sonst würde man was ausprobieren und das funktioniert nicht. Aber wenn man sie kennt, wenn man sie identifiziert, dass diese Organisation sie benutzt, kann man sie relativ einfach umgehen. Also, es gibt keine gute Sicherheit. Sie soll von Spam-Massenversendern schützen, aber nicht von gezielten Angriffen. SMTP selber, wie wir gesehen haben, hat keinerlei Schutzmechanismen. Also, welche Erweiterung sollen wir wirklich benutzen, um Sicherung Halt hinzuzufügen. Eins dieser Protokolle ist SPF. Was macht SPF? SPF versucht, den Alis-System nochmal hier nachzumachen. Erdus versucht, den E-Mail-Server von Bob zu finden. SPF ist das Gegenteil davon. Die Idee dabei ist, dass automatisch es von Bob einkommenden Server ausführt und sie versuchen, eine DNS-Abfrage zu machen und versucht herauszufinden, von welchen IP-Adressen gehören zu Alice's Outcoming Server. und es ist relativ einfach zu verstehen für uns und es hört sich sinnvoll an. Und das eine Feld, was überprüft wird, ist dieser Envelope-Sender. Das ist ein kleinster SPF-Syntax, kein Beispiel. Selbst wenn man die sonntags nicht versteht, hat eine IP-Adresse, das sollte die IP-Adresse des sendenden Servers sein, der wirkliche sendende Server und dann minus all, das bedeutet, dass der einzige ist. Das heißt, wenn ich eine E-Mail von einer Nachricht von dieser E-Mail-Adresse bekomme, dann ist es in Ordnung, wenn es irgendeine andere E-Mail-Adresse ist, dann lösche ich die einfach. Man kann es unterschiedlich spezifizieren, man kann eine IP-Adresse spezifizieren, man kann einen DNS-Namen spezifizieren, einen Hostname und für Investration-Tester ist das kein großer Unterschied, für Administratoren ist es einfach einfacher, das zu supporten. Und dann gibt es diese qualifizierenden Elemente, das setzt man vor diese Methode. Zum Beispiel in dieser Methode IPv4 hat kein Qualifizierer, es gibt kein Plus, kein Minus, kein Nix. Das heißt, standardmäßig wird Plus vermutet, also alles sollte einem gültigen SFP-Server, ein E-Mail-Server entsprechen. Man kann aber auch Minus benutzen, das ist Fail. Das heißt, wenn irgendwas darauf trifft, zum Beispiel Minus All, das ist am häufigsten benutzt, wenn es zu diesem zugehört, dann löscht die Mail, dann sendet sie nicht. Das ist eine falsche Mail. Und dann gibt es dieses dritte, diese Tilde, das Soft Fail. Das sollte benutzt werden, um zum testen. Das heißt, wenn ihr jetzt anfängt, SPF zu implementieren, dann könnte es sein, dass in diesem Fall wenn ihr wirklich sagt, hey, fail, dann können die Benutzere keine E-Mails mehr senden. Darum ist es gut, es zu testen. Hier sind komplexere Beispiele. Beispiel Include, das heißt, anstelle von die Qualität selber zu machen, zum Beispiel Google benutzt wird, dann sagt man, hey, Include das, was Google veröffentlicht. und das ist hier SPF Benutzung. Wenn wir nur die Mails senden, die irgendeine Art von Policy haben, dann sieht die Zahl relativ gut aus. Die beliebtesten Domains sind 75%, aber die meisten sind entweder schlecht konfiguriert oder sie benutzen diese Soft-Fail-Funktion. Was die macht, nichts. Man kann immer noch selbst wenn es E-Mails spooft, wird trotzdem durchkommen, weil der Empfänger sagt, wir testen, das heißt, wir sollen jetzt die E-Mails noch nicht löschen. Das heißt, der Prozentsatz ist gar nicht so gut. Aber das Wichtigste für uns als Pentester ist, zu verstehen, was machen wir, wenn wir dieses sehen. Jetzt können wir E-Mails spoofen. aber das bedeutet immer noch nicht, alles zu Ende ist. Also zu aller erst diese Software. Soft-Fail. Wir haben Regeln und Regeln und dann kommt einfach dieses Soft-Fail-All. Wenn wir ein Penetrationstester sind und versuchen, eine unbekannte E-Mail-Adresse zu spoofen, die jetzt noch nicht vorhanden ist, dann macht nichts. Das heißt, löscht die E-Mail nicht. Das ist gut für uns. Wir können diese E-Mails spoofen. So wie früher auch. Das wird wahrscheinlich durchgehen. Eine Anmerkung dabei ist, dass manche Systeme nicht nur diese binäre Klassifikation auch etwas gut oder schlecht ist, sondern sie versuchen, ein bisschen Scoring zu machen. Das heißt, selbst wenn es Soft fehlt, werden sie nicht die E-Mail automatisch löschen, aber vielleicht fügen sie zusätzliche Informationen hin und ein Risiko Level zu erhöhen und das heißt, es ist noch nicht komplett zu Ende. Ein weiterer Punkt ist dieses Include oder Inkludieren oder hinzufügen oder kopieren. Das ist sehr nett, wenn man die E-Mail-Server von anderen benutzt, aber es ist nicht so, wie es ist im Standard, dass es einfach ein schlechter Name ist dafür. Es ist nicht ein ein so, man sollte nicht von drinnen reingruppieren in den höchst höher liegenden Level, sondern sie versuchen, alles Checks in dem Inneren zu überprüfen, aber wenn es damit nicht klarkommt, dann wird es die E-Mail nicht sofort löschen, sondern es wird zum Level höher gehen und es wird dann versuchen, die Regeln durchzuführen. Das heißt, das Problem ist, dass in den häufigsten Fällen entweder, wenn man vergisst, dieses Minus All hinten dran zu setzen oder der Systemadministrator das vergessen hat, dann, selbst wenn der Include Minus All am Ende hat, funktioniert das nicht. Also dann fehlt der, wenn es überprüft wird, dann fehlt das von dem Inkludierten, aber nicht ganz oben und das Zweite ist, dass wenn sie ein Soft-Fail ist, dann meinen Menschen, ich include Gmail und die haben dieses Hard-Ding, aber es funktioniert so nicht und dann ein weiteres Beispiel, was das häufigste ist, dass viele solche SPF-Rekords haben, IP-Adressen und A-Records und MX und Pointer und alles mögliche, was ein Administrator da reinschreiben kann. Der Grund ist, dass die meisten Administratoren nicht genau wissen, wie SPF funktioniert, sie wissen nicht genau, was reinkommt. Zum Beispiel ist, dass wenn da ein MX-Rekord drin ist, die meisten Organisationen, außer sie sind sehr klein, nur einen Server haben, haben unterschiedliche Server für unterschiedliche IP-Adressen für Mails, die nach draußen gehen und Mails, die zurückkommen. das heißt, es gibt keinen praktischen Grund, einen MX-Server in SPF hinzufügen, weil aus dem MX-Server keine Mails senden sollte. Ein anderer Fall könnte sein, dass Administratoren verstehen, wie es funktioniert, aber es ist wirklich, deren Architektur ist komplett durcheinander, sie senden Mails von vielen, vielen unterschiedlichen Punkten, das ist gut für Penetrationstester, weil, sie sind nicht so gut organisiert. Und dann gibt es noch andere Probleme dritt, nämlich, dass die Granularität nicht ausreichend ist. Ihr könnt ja, ihr könnt ja jetzt denken, es gibt doch reichlich von diesen Rekordtypen, aber um verschiedene IP-Adressen aufzulösen. Aber die IP-Adresse wird ja wahrscheinlich nicht nur zu einem Mailserver gehören, sondern vielleicht noch ein Web-Server sein und noch andere Dinge tun. Das heißt, als Pen-Tester können wir dieses irgendwas anderes gut benutzen, das ist ziemlich unauffällig. Patcht man und ist dann weg, das ist okay, aber bei so einem Web-Server, das wäre ja einfach zu exploiten in den meisten Fällen. Dann können wir vielleicht die Privilegien auch eine gewisse Art und Weise erhöhen, in einem gewissen Sinn, und sind dann auf einer passenden IP-Range und kommen durch das SPF durch. Ein Beispiel ist geteiltes Hosting, der typische Fall. Das Problem mit Shared Hosting ist, man hat die IP-Adresse eines SMTP-Servers, der vielleicht nur benutzt wird, um Mails zu schicken, aber der Server wird nicht nur für dich benutzt, sondern auch für verschiedene andere Domänen, vielleicht für tausende Domänen. Das kann ich als Angreiferin benutzen oder ich werde einfach Kundin von diesem Shared Hoster, da muss ich nicht mal was exploiten und das sieht dann für SPF aus, als käme das von der legitimen Quelle. Noch ein möglicher Fehler ist, den falschen Identifier zu prüfen. Das ist wahrscheinlich das größte Problem in SPF. Wie ich vorher erwähnt hatte, gibt es mindestens zwei Identifiers, den äußeren, der den Sender identifiziert und den internen, typischerweise der From-Header, aber SPF, wenn man SPF nur benutzt, dann wird nur der erste Sender in der Höhle benutzt, also der From-Header ist nicht geschützt, aber der User sieht halt nur den From-Header, der wird normalerweise den Sender Header nicht sehen. Das wird jetzt gefixt mit DMARC und die Mehrheit der SPF-Installationen haben nicht DMARC konfiguriert. Also selbst wenn SPF gut konfiguriert ist, muss ich dann als Angreiferin um irgendwas wo hinzuschicken von einem anderen Namen einfach nur den Sender darauf anpassen, dass der durch den Check durchkommt und kann den From-Header aber wieder so anpassen, wie ich aussehen möchte. Es gibt noch eine andere Technologie, die das versuchen soll zu fixen, nämlich DKIM. Wie wir gesehen haben, ist SPF nicht genug. Ihr seht hier die falschen Buchstaben, aber sorry dafür, also DKIM, merkt euch einfach nur den kurzen Namen. Was es tut, es benutzt Kryptografie, ist doch nett, das ist eine kluge Sache, es ist schwer zu brechen für AngreiferInnen, bedeutet also jede Mail, die von dem Server kommt, die kriegt einen Key, also kann ich kryptografisch verifizieren, ja die kam jetzt von diesem Server. Wie das aussieht, ist schwer zu lesen, weil es ist natürlich nicht dafür gemeint, dass Menschen das lesen können, sondern Computer halt. Das gelbe ist hier die kryptografische Signatur, aber der grüne Anteil ist der Domain-Identifier und der rote Anteil, ich weiß nicht mehr wie der heißt und die Idee ist, dass man verschiedene Keys haben kann für diese Organisation in der man sitzt. Die Organisation könnte zum Beispiel Mails vom originalen SMTP-Server haben, von einem Backup-Server und dann möchte man vielleicht noch ein paar Mails von Google und ein paar von der Marketing-Kampagne schicken und die würden unterschiedliche rote Parameter haben. Da müsste also die Empfängerin einen DNS-Query laufen haben mit verschiedenen Mischungen von Rot und Grün, gucken sich den Public-Key an und würden damit die Signatur verifizieren. Klingt nett. Das Problem, naja, noch kein Problem ist, wenn man Public-Key Kryptographie versteht, ist es relativ einfach zu verstehen. Wir generieren halt ein Public-Private-Key Paar, veröffentlichen den Public-Key und benutzen den Private-Key, um die Nachrichten zu unterschreiben. Die Empfänger können dann, also wenn sie das Grün daran verstanden haben, den Public-Key und sehen ihn in einem Taxi-Record und können dann verifizieren, ob die Signatur passt. So, klingt nett. Was ist das Problem? Das Problem damit ist, es könnte verschiedene Selektoren geben. Ja, wenn man das konfiguriert, kann man so viele Selektoren definieren, wie man das möchte. Das heißt, ihr empfangen der Person weiß nicht, welcher Selektor wird benutzt, wird überhaupt einer benutzt. So eine existierende Signatur zu modifizieren ist schwierig, aber es ist ziemlich einfach, sie einfach zu entfernen. Wenn man jetzt also die Kim einfach entfernt, können die Empfängerinnen nicht wissen, ob das hätte da sein sollen. Um sie zu prüfen, muss ich das grün und das rote Kim den Domain Identifier und den Selektor als Teil des Headers. Das ist ein großes Problem. Das heißt, wir können die Kim zwar nicht spufen, aber wir können es schlicht entfernen. Und wenn das der einzige Schutzmechanismus war, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Wird das zum Empfänger kommen? Und noch ein Problem ist, was ist dieser Domain Selektor? Warum müssen wir den setzen? Die beste Praxis ist, dass der Hülsender dasselbe ist wie das From und das sei dasselbe wie der Dekim Domain Selektor. Etwa alle Alice.org oder sowas. Das Problem ist, das ist nicht im RFC drin. Was passiert also, wenn das nicht so ist? Also auf der rechten Seite haben wir eine echte Domaine, also oben rechts hier in dem Beispiel seht ihr, wir haben Google Apps benutzt. Grundlegend wird Google erstmal alle Messages signieren mit Dekim, mit nämlich der Domaine, die es halt kontrolliert. Das bedeutet also, da ist etwas mit Dekim signiert worden, aber das heißt nicht, dass man das zu der Organisation zurück verfolgen kann, das wurde von etwas völlig anderem signiert. Der richtige Ansatz hier ist also, nicht die Mail wegzuwerfen, sondern einfach nur sie nicht als validiert zu betrachten. So, das ist okay, matcht RFC. der interessante Anteil. Wie können wir Dekim modifizieren? Ich habe nicht Zeit dafür ins Detail zu gehen, aber in manchen Fällen, nicht in allen Fällen, kann man es tatsächlich modifizieren. Das einfachste zu modifizieren in so einer Message ist der Header. Weil Dekim selbst in Headern vorkommen, kann es nicht alle Header wegen Henne-Ei-Problem signieren. Also es ist einfach hier für den Angreifer einfach ein bisschen Header dazu schreiben, wenn das bei dem Plan hilft. Also fügen wir einfach einen dazu. Und was das RFC halt erwähnt, ist, man sollte eigentlich nur eine Kopie im Header haben. das ist aber hier ein Aber es geht auch mit mehr. Wenn man Dekim jetzt gesagt hat, der From-Header sollte bedesigniert sein, dann wird er sich den ersten From-Header von unten aussuchen. Aber die meiste Software, viele Clients werden von den User, aber eher den ersten From-Header von oben anzeigen. Bedeutet also für den Angreifer, die Angreiferin, dass sie einfach nur weitere From-Header nach oben schreiben muss. Es gibt einen Schutz, der in DKMRFC erwähnt ist, wir nennen ihn Oversigning und nicht alle tun das. Das geht halt nur auf die Header. Manchmal ist das gut, manchmal nicht so. Den eigentlichen Body der Message zu modifizieren ist etwas schwieriger, denn wir wollen ja hier die Kryptographie nicht brechen, das ist zu schwierig. Dann gibt es einen Parameter Body Length, also Größe dieser Message. Um den Hash rauszukriegen, gucken wir uns einfach nur die ersten paar Bytes zu einer Message an. Das mag ganz praktisch sein, aber für den meisten Teil ist das nicht so nützlich. Wenn es das tut, dann ist es offen für Attacken, wo einfach der Message Body überschrieben wird. Und es wird dann Decem passen und wird einen grünen Button oder was auch immer anzeigen. Die dritte Technologie, die wir da haben, ist D-Mark und hier gibt es wieder den langen Namen, der ist ziemlich lang, aber in diesem Fall bedeutet er sogar etwas. Zwei Teile sind da Keywords Reporting. Das ist, was die meisten Admins kennen, weil das so wird in D-Mark halt verkauft. Reporting heißt, wenn man ein Problem hat, dann erzählt man der anderen Seite, was zum Beispiel sagt man ihnen, dass sie einen Report senden soll, zum Beispiel einmal oder immer, wenn was passiert. Das ist für Penetration Tester nicht nutzlich, aber man kann dadurch verstehen, welche Konfiguration zum Beispiel vorliegt. Ist aber nicht groß implementiert. Der andere Teil, Conformance, ist wirklich, wirklich mächtig. Ja, D-Kim hatte das Problem, dass wenn man den Header einfach entfernt, dann hat der Empfänger überhaupt keine Möglichkeit zu wissen, dass dieser Header hätte da sein sollen. Und wenn man D-Kim verwendet mit D-Mark zusammen, dann wird das Problem gefixt, weil D-Mark spezifiziert, dass man, wenn man D-Mark hat, dann sollte SPF oder D-Kim schon bestehen, damit es überhaupt ankommt. Wenn man SPF und D-Mark hat, heißt es, dass SPF gegen den From-Header läuft. Wenn man SPF selbst benutzt, dann kann immer noch der From-Header modifiziert werden und das erfährt der Empfänger nicht. Ein Mini-Beispiel für D-Mark ist wirklich klein, das könnt ihr leicht verstehen. Wir sagen nur D-Mark und Reject. Wir müssen nur die richtige Stelle finden, das hinzuschreiben. Alles, was man machen muss, ist einfach den S-Eintrag anlegen und auch wenn man SPF und D-Kim hat und D-Mark angelegt hat, dann heißt das effektiv, dass diese Domäne keine mehr senden soll, weil man als SPF oder D-Kim D-Kim sollten valide sein, damit die E-Mail valide ist. Das bedeutet, dass die meisten Domänen da draußen zumindest in Betracht ziehen sollten, D-Mark zu enablen. Das ist einfach das richtige Ding, was man tun sollte. Da gibt es draußen in der Welt mehrere Angriffe, aber für Penetration Tester nicht interessant. der wichtige Teil ist diese Policy. Die Policy kann drei Werte haben, Non, Quarantined oder Reject. Wenn ein Fehlerfall auftritt, dann geht die Message zum Beispiel in die E-Mail-Nachricht in den Spam-Folder. Reject heißt, das Bild habe ich am Anfang gezeigt, das zeigt die Verteilung, obwohl die D-Mark-Technologie die beste ist, ist sie überhaupt nicht weit in Verwendung. Leider für die Verteidiger, für die Penetration Tester ist es natürlich gut zu wissen, weil man kann die meisten Mail-Server sehr einfach spufen. Wie schützen wir uns? Wie gehen wir da rum? Sorry? Also, was passiert, wenn jemand D-Mark implementiert hat? Heißt das, dass die Penetration Tester jetzt alles machen können und nichts nachforschen müssen? Nein, in der Praxis, wenn jemand D-Kim und D-Mark implementiert hat und SPF nicht, also nur zwei von drei haben, das ist eine coole Kombination. D-Kim ist sehr mächtig und der Hauptfehler, den D-Kim hat, wird von D-Mark abgestellt. Das Problem hierbei ist aber, dass, wenn man seine eigene Mail schützen will, muss der Empfänger D-Kim und D-Mark validieren. leider macht das nicht der Großteil der Software da draußen. Zum Beispiel Microsoft Exchange. Einige der Maschinen, mit denen man kommuniziert, haben Microsoft Exchange und die meisten Systeme müssen trotzdem SPF in der Praxis aktivieren. Das ist gut für Penetration Tester. wenn SPF und D-Mark defaultmäßig aktiviert sind, dann wird wieder ein Problem gefixt, aber andere Probleme nicht. Die Granularität ist nicht hoch genug und die Konfiguration ist vielleicht falsch. Aber interessant ist, dass D-Mark nur eine der anderen Technologien verwendet, damit die E-Mail als valide gilt. D-Mark hat keine Möglichkeit zu spezifizieren, dass DECIM und SPF valide sein sollen. In der Praxis heißt das, dass bei meisten Systemen alle anzuschalten aus der Sicht des Penetration Testers nicht wichtig ist, also kein Mehrwert bietet und wir als Penetration Tester uns auf zwei davon konzentrieren können. So eine Minute für eine Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob ich noch genug Zeit habe. Nein, nicht viel Zeit mehr. Sorry. Also eine weitere Information ist, wenn ihr Systeme testet, dann zieht beides in einen Betracht. Testet nicht nur Alice, testet auch Bob. Also nicht nur den Sender testen, sondern auch die Empfängerseite. Hier könnt ihr sehen, dass es leicht ist, zum Beispiel SPF und D-Mark zu implementieren. Man braucht nur einen DNS Eintrag, nur einen Rekord für jedes, aber sie zu testen und gut zu validieren ist sehr viel schwerer. Man braucht nämlich Software Support und man muss auch da noch konfigurieren. In der Praxis wird es so sein, dass viele Organisationen D-Mark und SPF anhaben auf DNS-Seite, aber sie validieren es einfach nicht ordentlich. Ah, okay. Sorry, ich habe leider keine Zeit mehr dafür. Also, dann war es das jetzt. Sorry, vielleicht noch ein paar Fragen. Das war die deutsche Übersetzung des Vortrags vom 36. Chaos Communication Congress. Eure Übersetzer waren Blue Hubert, Franz T. und Basago. Vielen Dank. Wir freuen uns auf euer Feedback mit Hashtag C3T auf Twitter. Gibt es Fragen mit Methoden, um D-Mark Sachen, die ich bekomme, anzuschauen? Das ist eine gute Frage. Wir wollen, dass jeder das anschaltet, aber leider, soweit ich weiß, alle Tools im Internet sammeln Daten und sammeln sie von euch und für Privatsphäre ist das nicht gut, für Datenschutz, da muss man selber was implementieren oder ein Open-Source-Projekt selber anfangen. Okay, Mikro 1. Danke für ihn. Talk. Ich würde mich als Mail-Administratorin betrachten und mir wird häufig gesagt, das SPF-Record, das ich geschrieben habe, wäre zu lang. Insbesondere sagen mir Leute, ich möge den PTR-Record löschen und andere sagen mir, aber der PTR-Record wäre nützlich, um Reverse-DNS-Checking zu implementieren. Wie stehst du zum Kürzen von dem SPF-Record und dem PTR-Record? Das kommt wirklich auf deinen Use-Case an. Es kann sein, dass wirklich das lange SPF erforderlich ist und man nichts machen kann, aber du kannst mit Includes arbeiten. Das sind keine Makros, die werden nicht expandiert und der eigene Record wird dann nicht länger, wenn man ein Includes-Statement hat oder viele davon. Das Problem, also ich würde dir raten, dass du vielleicht neu überdenkst, ob man wirklich so viele Records braucht. Das allgemeine Problem ist, wenn man nicht gerade Google ist, dann braucht man normalerweise nicht so große SPF-Header. Das ist vielleicht ein Fehler für den meisten Organisationen. Nur kurz bitte. Mikro 1. Auf dem PTR-Record ich dachte, es wäre aus dem Standard geschmissen worden. Nein, es ist im Standard. Der Record ist, ich wüsste nicht, dass es irgendwie weggeschmissen würde, automatisch. Das sollte kein Problem sein. Wir haben noch ein paar Fragen. Also Mikro 6. Danke für den Talk. Es ist nicht direkt verbunden, aber vielleicht sollte es verbunden sein. Wenn der Mail-Server DKIMDMark SPF akzeptiert und alles ist gut und etwa bei Google wird die Mail zwar empfangen, aber geht in die Spambox. Das heißt, sie wird, kommt zwar an, aber sie wird nicht angezeigt. Habt ihr eine Lösung für das Problem? Da gibt es verschiedene Meinungen. Eine Sache, die Google überhaupt ermöglicht, danke Google, by the way, es ist gut, dass sie so streng sind. Durch Google haben wir überhaupt so viele schlecht konfigurierte Organisationen. Google will, dass man SPF mindestens hat, sonst sind Google Mails nicht an. In meinem Job habe ich, ich finde es gut, dass Google das so tut, aber dadurch haben die Admins Probleme. Google hat ein Tool, das ihr vielleicht kennt, womit man checken kann, ob die eigene Domain in Betracht gezogen wird. Selbst wenn man Dickem DMark und so weiter hat, dann ist es vielleicht nicht korrekt konfiguriert, das haben wir ja gerade im Talk gehabt. Ihr glaubt vielleicht, ihr habt es richtig konfiguriert, aber vielleicht auch nicht. Geben wir gerade Prio fürs Internet. Wir haben eine Frage vom Internet. Wenn du versuchst, eine Adresse zu verifizieren, wie handelst du No-Reply-Adressen? No-Reply? Sorry? Kannst du das nochmal sagen? Die Frage, wie verifizierst zu No-Reply-Mail-Adressen? Es geht um No-Reply? Header? Oder was? Also ich versuche es mal zu erklären, so wie ich es jetzt verstanden habe. Was oft passiert ist, dass eine E-Mail aus nicht existierenden Adressen gesendet wird. Vielleicht meinst du das? Es gibt kein Reply und das ist ja kein Problem. Das Problem ist, dass es keine solche Adresse gibt und da habe ich keine Antwort, weil dann kann man laut AfD sollte man nach RFC diese E-Mail trotzdem akzeptieren. Viele Mail-Systems droppen solche Adressen, wenn sie nicht existieren. Außer man ist Google und ist gewhitelistet. Aber von nicht existierenden Adressen kannst du eigentlich keine E-Mails senden. Man sollte immer eine Adresse kreieren müssen. Wenn man als Empfänger ist, dann kann man man sollte immer entscheiden, was das Risiko ist, wenn man so eine E-Mail einfach wegwirft. Laut IFC sollte man diese Art von E-Mails annehmen. Okay, Mikrofon Nummer 4, okay, Mikrofon Nummer 4, bitte. Danke für den Vortrag. Weißt du von Mühen, um Probleme zu lösen, von etwa großen BuchverkäuferInnen im Internet, dann sollten ihre eigenen SPF-Rekords unter Kontrolle haben. Man kann sie einfach kontaktieren, also vielleicht haben sie nicht drüber nachgedacht oder niemand ihnen gesagt, was sie tun sollen oder ihnen gesagt, wie sie es besser machen können. Das machen wir ja als CERT, wir tun genau das. Wenn du ein Problem hast mit einer großen Firma in einem bestimmten Land, dann einfach das CERT kontaktieren, auch wenn es keine Regierungsorganisation ist. wir würden zum Beispiel eine Triage machen, mit den Leuten reden, ihnen das erklären, vielleicht ist es eine Option, wenn etwas für dich so für dich so aussieht, als würde eine dritte Partei eine schlechte Konfiguration haben. Wenn irgendwas nicht sicher ist, dann heißt es ja nicht, dass es falsch ist. Vielleicht gibt es sogar einen Anwendungsfall, warum es so sein soll, wenn zum Beispiel Amazon oder eine große Firma irgendwas hat und vielleicht haben sie was getestet und wenn sie vielleicht zu strikt konfigurieren, dann gehen einfach ein großer Anteil ihrer E-Mails unter, weil jemand anders was falsch gemacht hat. Da gibt es tatsächlich wirkliche Geschäftsfälle. Das wäre dumm, wenn sie einfach zu strikte Konfigurationen anschalten und wissen, dass dann wirklich ihr Business kaputt geht. Ist auch sinnvoll, oder? Wir sind leider durch mit der Zeit. Leute, die noch ein Mikrofon stehen, redet einfach direkt mit dem Vortragenden nach dem Talk. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.